Top! Die Wette gilt! Ah! Mein Gott! Sieht aus wie ein Horrorfilm! Eins! Ah! Oh Mann! Die ist ein bisschen hartnäckiger, sehe ich. Er macht das aber auch mit einer gewissen Begeisterung. Okay, richtig so sauber. Wir sind bei einer Minute und zwölf. Oh! Unfassbar! Eine Minute! Okay. Verliebt! Ah! 30 Sekunden! 35 Sekunden! Du schaffst es! Vier haben wir! 30 Sekunden! Okay, Felipe! Die Kraft lässt nach! Aber er wird es schaffen! Ja! 10! 10! 9! 8! 7! 7! 6! 5! 4! 3! 10! 10! 1! 10! 10! 1! Also nur hier zum Beweis. Hast du ein bisschen Wasser für Philippe? Was? Ah nein, du hast es nicht gehört. Das ist kein Problem. Bleib bei uns. Hast du gesehen? Congratulations. Super gut. Wir haben ja gesessen, Sebastian und ich. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wir wollen jetzt die Kokosnussmilch trinken. Nein, aufzuhören. Nein, also aufmachen macht das nicht. Nein, um sie lang. Nein, um sie lang. Natürlich. Aber er weiß noch, wie es weitergeht. Ja, das macht er sicher auch. Das spritzt, oder? Ah ja. Na gut, das ist jetzt. Das ist reine Bonusrunde. Oh ja. Ah ja. Frische Függersüße. For you, for you. Du hast es gewonnen, ja. Das hat er aufgehauen. Philippe, Michelle, aber jetzt. Super. Oder Keterin. Philippe, der Kogdi. Ach ja, wenn er dann noch Kokosnüssen. Ja eben. Wenn er da so reinhaut. Sebastian fragt mit Recht, ob die Lust an Kokosnüssen inzwischen nicht vergangen ist. Nein. Also, Glückwunsch, Wette genial gewonnen. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Schöne Grüße auf die Philippinen. Was heißt Dankeschön? Salamat. 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 Dankeschön, Philippe. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Philippe, da kommt die. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.